Das war halt nicht abgesprochen, der ist einfach da. Wir sitzen hier gerade und wissen nicht, was wir machen sollen. Oh nein, bitte nicht. Und ich würde anfangen, die zu essen und dann wäre die Betriebssicherheit wahrscheinlich nicht mehr so gegeben. Und dann wird nochmal rum telefoniert und rumgekruschtelt und dann ach, nee, den hat man schon und so, du musst da und da hin. Okay, tschüss.